Heute ist ein guter Tag für den Zoo, weil wir endlich wieder Löwen zeigen können. Das ist eine sehr, sehr beliebte Tierart und das sind Tiere, die die Besucherinnen und Besucher auch sehen wollen und das hat dann schon gefehlt. Immer wieder wurde gefragt, wann kommen denn endlich die Löwen? Und wir haben ja hier in den letzten Jahren gebaut und modernisiert und saniert und jetzt ist so der Tag, wo von uns allen so ein bisschen die Last abfällt. Es ist geschafft, die Etappenziel ist erreicht und für die Besucherinnen und Besucher heißt das auch bald wieder Löwen zu sehen. Ja, richtig klasse. Also sowohl die große Freude, dass wir wieder Löwen haben in Dortmund. Gehört ja zu jedem Zoo dazu, ist die Attraktion eines jeden Zoos wahrscheinlich ganz Deutschland und in Europa. Und das Gehege ist auch richtig schön geworden, also nicht nur das Haus selber, sondern das ganze drumherum mit der Brücke, mit der begehbaren Situation. Ich glaube, so nah ist man den Löwen hier in Dortmund auch noch nie gekommen. Frische Farben, natürliche Farben, viel in Holz gehalten und man kommt da rein und sieht die beiden Tiere dort in aller Ruhe liegen. Die haben sich offenbar schon ganz gut eingewöhnt. DSW 21 unterstützt das Löwenhaus hier sehr gerne, weil wir mit dem Projekt Dortmund hier sehr sichtbar werden. Wir unterstützen soziale, kulturelle, sportliche Projekte hier mit dem Löwenhaus mit einer sehr hohen Frequenz mit mehr als 500.000 Besuchern und freuen uns natürlich hier an der Modernisierung dieses Projektes unterstützen zu können. Wir haben ja erstmal die zwei Mädchen hier drin. Der Kater ist noch nicht in dem Haus jetzt, aber die zwei Mädchen haben sich schon ganz gut eingewöhnt. Sie sind noch ein bisschen schüchtern natürlich und gerade heute, wo das erste Mal auch mal fremde Leute ins Haus kommen, da schieben sie schon mal so ein bisschen skeptisch um die Ecke. Aber da sind wir guter Dinge, dass die sich sehr gut eingewöhnt haben in den nächsten Tagen. Und dann kommt der Kater dazu und dann hoffen wir, dass wir das Rudel sinnvoll zusammenbestellt haben. Bis zum nächsten Mal.